hallo und herzliche Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge tt ti 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 Ja wir haben neue Map hier und zwar welche immap Tobi Eggenwas mit bowling keine ahnung Aghan Tobi ey bestes guck mal hier der Patrick guck mal hier Also Bronx hat schon auf mich geschossen der ist Traitor Bronx hat Geschossen? Bronx hat auf mich geschossen Warum- Worum macht denn der so was Warum hast der dann auf mich geschossen E die Runde fing doch noch nie an da Mann Ja heißt jetzt hab ich nur noch 38 Leben Beruhig dich mal Jungs Nee, jetzt hab ich dir auch was abgeziehen, komm her. Wie kann man denn hier bohlen, Leute? Darfst du einmal einen Arsch schießen. Lenno, dein Ernst? Ey, ey, da ist ein Baby geflogen. Habt ihr das gehört? Ja, hinten kam das her. Patrick, Alter, das machst du immer, du Arsch. Was? Was? Ja, in der letzten Folge hatte ich ja noch die Facecam. Wo ist einer tot? Falls ihr noch mehr Folgen haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Das war nur so ein Ding. Innocent. Ja genau, Major spielt mit, der Bronze spielt mit, der Curry spielt mit, der Tobi spielt mit, Der Bonks hat ihn umgebracht. In der nächsten Folge ist da auch noch der Taros dabei. Also die riesen TTT-Truppe, die ihr alle kennt. So, das wollen wir gesagt haben. Jetzt könnt ihr weiterreden. Boah, geil, hier liegt Klopapier. Hallo Tobi, wollen wir mal in den Waffenschrank gehen? Ja. Oh. Ja, Alter, wer war das? Oh, Penis. Ich dachte, der Curry wäre Traitor. Weil er so die ganze Zeit auf Major's Leiche geguckt hat. Alter. Du Curry umgebracht hast. Ja, weil ich dachte, ich dachte. Ja, hören wir doch ganz kurz zu. Der Curry stand die ganze Zeit hier so. Cool. Und hat auf Major's Leiche geguckt. Und ich dachte, der würde gerade im Traitor-Shop sein und den wiederbeleben wollen. Alter, Tobi! Tobi ist es! 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 Alter, was machst du denn da? Ey, was willst du, was willst du? Ey, warum schießt du denn auf mich? Ja, wieso schießt du auf mich? Ja, Alter, ich mach die Tür auf, du schießt auf mich sofort. Ja, wer ist der jetzt überhaupt noch auf mich? Ja, ich geh, ich geh raus, ich geh raus aus dem Raum. Was ist jetzt mit Tobi? Tobi, bist du noch da? Tobi! Tobi ist tot, Dennis hat Tobi getötet. Und Dennis ist auch tot, oder was? Keine Ahnung. Warum? Du kannst es ja auch sein. Ich bin ja innocent, deswegen. Das weißt du ja nicht. Ja. Läuft bei dir. So, wer lebt jetzt noch? Ja, das ist ne gute Frage. Ja, Leno. Achja, Leno. Leno lebt immer noch. Der versteckt sich irgendwie mal die ganze Zeit. Ja, der versteckt sich irgendwo hier. Wie so ein kleines Wiesel einfach. Genau. Len, oh. Ich hab Alex getötet. Alex, die steht hier. Hä? Ich wurde angeschossen. Nein! 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 Hä? Wo? Ich werde dich töten. Nein! Was ist denn? Das ist der Ende. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Irgendwie machst du mir Angst. Was machst du da Tobi? Siehst du mich? Natürlich. Machst du mich. Nein! Mit der Crossbar stehen. Mit der Crossbar stehen. Nein! Oho! Komm! Ja! Sehr gut Tobi! Super! Aber geil hast du mit dem Present, Alter. Geil hast du mit dem Present, Alter. Richtig geil! Ich hab den Curry weggenatzt! Endlich mal! Endlich mal! Verdammt, Mann! Ein richtiger Mongo, ey! Ja, scheiß drauf! Nee! Warum? Warum? Du hast mich nicht mehr entschuldigt! Du hast dich noch nicht mehr entschuldigt! Das war für den Frohlich Sprayer Curry in der letzten Früh. Für den Frohlich Sprayer! Weißt du, wie der Zahnlose sich über andere lustig macht, so weißt du? Ich hab mich voll über dich lustig gemacht. Wir müssten mal so ein Spendenkonto für Curry machen. Andere spenden ja für Rocket Beans, wir spenden für Curry Szene. Weil man einen richtigen Döner kaufen kann. Support Szene. Voll die OP-Waffe da, ey. Von Tobi da. Was los, bist du am Längen? Ich hab dir aber auch einen übelsten Headshot gegeben, also das passt eigentlich schon. Ach so, okay. Bam! Was ist denn das hier für eine Error-Waffe? Tobi läuft wieder mit Error-Waffe. Boah! Major, Major, Major is it! Major is it! Das stimmt gar nicht, Curry. Du hast erst auf mich geschossen, Leute. Warte, ich identif... Ich... Zehne, also meine Zehne. Warte, ich muss den identifizieren. Hallo, lello. Geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Was ist denn für 99 Luftballonsraum hier? Das ist nie was, Alter. Wow, wow, wow. Major, der war unschuldig, ne? Ja, aber guck mal. Der war neben mir, wollte die Schotten... Major hat den Curry getötet. Nein, aber Patrick, hör doch mal... Hör doch mal bitte zu, jetzt ohne Witz. Das ist meine erste Runde, bitte. Mach da bitte eine 10-Stunden-Version draus. Nee. Guck mal. Der Curry wollte... Der Curry wollte die Shotgun aufnehmen. Was feiert ihr da? Ich hatte... Ich hatte eine MG. Und er hat auf mich geschossen. Ich weiß nicht warum. Und ich hab ihm sofort Headshot gegeben, reflexweise. Alter, was ist das denn denn, Mann? Tobi, zieht er so im Dunkeln rum. Nein, Patrick, witzig bin ich. Ey, 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 was macht Patrick da? Ja, der Major hat den... Der Major hat den Curry getötet. Der Play-Doh. Ich schieß dir, Mann. Ja, aber schreib mir doch mal... Schreib mal in die Kommentare. Oder ich geb dir alten Headshot und die stirbt nicht. Guck mal, ich hätte doch schon lange geschossen seine Spende. Habe ich auch gerade gemacht. Ja, 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 Major, ne? Ja, aber... Ich bin echt kein Traitor. Du kannst mir vertrauen. Du kannst auch die ganze Zeit hinter mir herkommen. Okay, ich trau dir. Ich trau dir. Ja, wo seid ihr denn, Jungs? Irgendwie Angst, was hier gleich in den Rücken geschossen wird. Alter! Was? Warum lachst du? Ich weiß nicht, ey, das war grad so geil. Ja, ja. Ey, ich bin in so'n... Kann ich hier rein? Come on, let's twist again. Und da war er drin. Ja, der fliegt aber weit. Wie... Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das ist ne Kugel, Alter. Ich drehe mich so um, aber dann steht der mit seinem Zinken so beim Gesicht, Alter. Ich stehe immer so gerne da, sowas. Ich hab mir voller Schrock. Ich drehe mich um, steht der vor mir, ey. Hallo, Lalo. Komm, schieß. Was? Komm, schieß. Ja, ich mach hier grad ein bisschen, äh... Tschüss, Jego. Bowling. Alter, was ist das denn? Hä? Kommt. Ich würd sagen, wir gehen mal zum Traitor-Tester, oder? Ey, das ist ne Pate, die nur der Traitor auslösen kann, Dennis. Bescheuert, Alter. Hier unten. Guck doch. Pate, du bist bescheuert, Alter. Ja, ist klar, ist klar. Ey, was? Bei mir ist hier nichts, Mann. Bei mir ist hier nichts. Seid ihr doof hier unten, der Schrotflinte. Ey, seid ihr doof oder was? Ist hier nichts. Ja, wer denn dann? Ey, seid ihr doof oder was? Ja, aber du bist doch der Einzige, der da stand. Guck, hier. Da ist bei mir kein Knopf. Da ist doch ein Knopf. Da ist kein Knopf. Ey, ihr verarscht mich doch gerade, oder? Guck, Major, sag doch. Achso, doch, 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 doch. Ach, hier, ja. Ja, natürlich. Nein, ich bin kein Traitor, Mann. Ihr könnt mich auch kennenlernen. Ey, seid ihr doof oder was, Alter? Ihr verarscht. Ja, aber wer hat dir das angemacht gerade? Bronzel, Bronzel, ist bei dir ein Knopf da? Bronzel? Nein, das kann nur ein Traitor anmachen. Ja, seid ihr doof oder was? Ich den. Major und Dennis. Guck mal, Tobi, kommt doch, wenn ihr nicht glaubt, kommt doch mal alle hier hin. Ich hab auch keine Waffe. Ich hab auch keine Waffe. Echt? Ich hab keinen, kommt mal alle hier hin. Ja, natürlich. Kommt doch mal einfach, ich zeig euch, Alter. Ja, dann macht doch mal an jetzt. Oha! Ey, wer war das? Wer war das? Ich kontrollier den, warte. Er war Traitor. Ja. Töte Major. Ich kann zum Major töten, ne? Dennis war Traitor? Ja, ja. Dennis war Traitor. Okay, ja. Der Major ist der andere. Nein, Mann, doch. Was ist denn Dennis noch gerade verteidigt? Ey, das war so klar, Major. Durch die Tür kommt man nur, wenn man Traitor ist. Das war so offensichtlich, ey. Nein, Mann. Nein, Mann. Ja, da ist ein Knopf, ja. Ja, ja. Ja, ich wollte, dass hier alle da hinkommen. Alter, Major. Ja, das war aber sehr offensichtlich. Alter, wie geil, ey. Welcher? Ich trinke so was nicht geflogen, Alter. Weißt du, mein ganzer Mund? Mein ganzer Mund voller Trinken. Und dann höre ich nur so... Wie ist die denn geflogen, Alter? Die Alte? Habt ihr die Alte gesehen, wie die geflogen ist? Alter, du hast dreifach ein Salto gemacht, ey. Oh, Mann, ey. Weißt du, wir haben noch die ganze Zeit die Alte da abgeschossen, ne? Ja. Und dann schießt du dir grad noch mal drauf und dann macht das noch so einen dreifachen Salto, Alter. Wow, Alter. Curry, wie hast du eigentlich einen Headshot überlebt? Tja, das ist Curry, Alter. Ich hab keine Ahnung. Aber du hast angefangen. Es geht bei euch nicht. Ich hab keine Ahnung, ich dachte, ich kann euch nicht aufstehen. Nein, nein, Kevin hat zuerst geschossen. Ja, ja. Ja, ich war so nervös, dass ich sogar... Alter, guck mal, der hier. Was ist das denn bitte? Was geht hier eigentlich? Ey, wenn mich jetzt tot bin, hat der Präsident mich abgeschossen. Aber guck mal. Ja, oder du mich. Das sind Combines. Ja. Alter, hier explodiert irgendwas. Oh, Mann, hab ich schon wieder. Alter. Alter, da explodiert alles. Guck mal, ey, hier. Guck mal, ey, hier. Alter, Alter. Hier explodiert einfach alles, ey. Was ist da los, Alter? Guck mal, da liegt eine Leiche, ey. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Alter. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Oh. Was machst du da, Alter? Ich verpiss mich, ey, das ist mir zu hart. Ey, ey, ey. Ey, hier liegt auch eine Leiche drin, ey. Guck mal hier. Also, wir gehen da jetzt mal rein, aber vorsichtig, Leute. Oh! Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ich hab da eben geschossen, ey. Macht ihr denn da schon wieder? What the fuck? Was ist da los? What the fuck? Alter, what the fuck? Alter, what the fuck? Alter, what the fuck? Was? Das ist ein Poltergeist. Alter, der Milcher hat... Poltergeist benutzt. Warte mal. Ja. Der Milcher hat mir den Rücken geschossen. Der kleine Pimmel. Der war innocent. Komm, wir rein. Spritze erstmal mit seiner Bohnenkugel hier rum. Tobi ist auch innocent. Woah! Alter, was war das denn? Ich hab hier grad nur ein Baby gehört, Mann. Hallo? Ernsthaft denn? Patrick, Patrick, es ist es. Patrick, es ist es. Patrick, es ist es. Was ist das denn hier? Haha! Patrick, es ist es. Patrick, es ist es. Der hat mir ein Baby auf mich geschossen. Hallo? Wo ist der? Stimmt der gar nicht? Der ist da in dem Gang. Natürlich, komm her. Nein! Der Curry war das gerade. Ach, so schlecht. Mensch, ey. Sag, jawoll. Ich geh da rein, dass ich da nur so ein Baby durch ihn rausfüß. Oh Mann ey, das mit dem Poltergeist war anders. Das Baby ist einfach super. Ja, das war alles schön. Wer ist denn da reingelaufen? Der Major noch, oder? Wer ist denn da reingelaufen? Der Major noch, oder? Ne, der Tobi ist reingelaufen. Der Major hat mir den Rücken geschossen irgendwie. Kommt der Tobi wieder mit rein. Und dann hab ich den Jungen in den Major geknallt. Weil der Major innocent war. Das sah so komisch aus in dem Moment. Hört mir nicht zu, ne? Doch, wir hören ja zu. Ich muss immer dieses Baby nehmen. Ne. Aber warum wohl? Du musst... Was? Was denn? Patrick was? Nein, Tobi. Nein, Tobi. Patrick was? Das Ziel? Ja, ist klar. Kannst du das bitte nochmal sagen? Er liegt in der Familie. Mach den in der 10 Stunden Version drauf. Ich muss immer das Baby nehmen. Ja, ist klar. Wenn du das so auslegst. Ich leg überhaupt nichts aus. Der Patrick legt immer nur seinen magischen Teppich aus. Ah ne, der macht das aber nichts. Alter, wie knapp war das denn? Der Bonze. Ja, weil ich dachte, du würdest... Alter, du würdest auf mich schießen. Nee, ich hab auf Dings hier... Einfach auf die Tür geschossen. Dennis? Was denn? Wer hat denn da gebellt? Was ist los? Warte. Ne, ich Bronze. Patrick hat gebellt. Bronze ist tot. Bronze ist tot. Warum ist Bronze tot? Ich kenn den Bronze. Hat sich wahrscheinlich selber weggesprengt wieder. Du fährst alleine mit der Jihad-Bombe. Ja, das ist so hingestellt. Arme ausprobieren. Kann man mal machen. Kann man mal. Ja, Dennis. Alter. Wenn ich jetzt tot bin, hat der Curry mich einfach knallt, die alte Miesratte? Ja, genau. Ich war's wieder. Brrack! Brrack! Wer war das? 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 Mächer komm mal kurz her, Mächer. Mächer komm mal kurz her, Mächer. Gehen wir an den Grill und drücken mal I. Ja, da ist eigentlich ein Traitor-Symbol. Ja, ja, eigentlich. Ich hab doch grad, wo ich mit dir Traitor war, gesehen, Mann. Wir haben uns voll verraten. Ich sag dir, also eine Million Euro auf Mächer. Ja klar. Na komm doch, ich hab's halt im Gefühl. Guck mal, Tobi und Dennis sind so irgendwie immer nah beieinander. Ja, das ist bei mir und Tobi normal eigentlich. Was? Aber merkt ihr, die anderen sind ruhig, ne? Irgendjemand ist da... Ja, ich bin auch noch da. Ich bin auch noch da. Aber ich vertrau der ganzen Leute nicht. Aber warum geht Leno immer so weit weg? Ja, denkst du, ich stehe euch bei euch da, ey? Ja, er sucht sich immer eine Position. Eine Position sucht er sich. Ich bin hier im Bowling-Schrank, Alter. Ich bin hier im Bowling-Schrank. Hör auf, ich hab nur in den Bowling-Schrank geguckt. Sieh nach, da ist keine Leiche oder so. Alter! Alter Tobi! Ey, der schießt auf das Fass. Weißt du, wo es hier ne Shotgun gibt? Leno, wer? Ich geh hier rein, Junge. Verpiss dich. Ach so. Verpiss dich? Nein! Hallo Kevin. Ja, ist okay. Willst du von mir? Geh weg. Bin der Shotgun immer noch. Lass mich hier raus. Ich bin Fritzl. Oh, Entschuldigung. Hör auf, hör auf Fritzl. Was? Alter. Ey, der war gemein. Lass mich raus. Ey Leute, der Leno schießt. Ja, der lässt mich hier nicht raus. Hey Zets sind tot. Patrick ist tot. Ja. Ja, Bonzo auch. Okay Curry, du wirst. Geh weg. Wo lagen die? Ja, ja, komm da, aber kein Müll. Du wirst es nicht. Ja, Mensch, da erschießt mich doch. Ja, was ist das denn die Aller? Geil so, wie sicher sich hier jetzt der Major ist. Leno? Wo er Unrecht hat. Leno? Dennis Aller. Dennis, ich bin hier mit Dennis. Auch du, Leno, Dennis und Tobi. Nee, sagt der Leno ist es Aller. Der Leno ist es Aller. Junge, das schießt ja wieder auf die Fässer, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Weg hier. Also, ich küll dich nicht. Wer macht dich das nervös? Hör auf! Schieß doch nur auf die Fässer. Ah! Leno! Was war das denn, Major? Ich spinn das nicht. Nein, du hast gerade geflüstert. Warte, wenn ich ein Telefon. Das ist ein Kriterium. Oh, wer liegt hier? Ah, das ist Patrick. Alter, ohne Scheiß. Wer auch immer hinter meinem Rücken auf mich schießt, wie schlecht. Wer ist das? Leno? Wer ist das? Curry, Alter. Was bin ich? Du siehst denn deinen Namen doch. Ja, ich kann nicht auf dich zielen, Mann. Ich hab nicht voll das... Warum denn? Ich verpiss mich hier rein, das ist der sicherste Ort einfach. Wo seid ihr denn alle? Wer lebt überhaupt noch? Ich bin doch da. Ich geholte mal den Rettungswagen. Ey, 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 ey. Tobi, Leno, Tobi, Leno, Tobi, Leno, ist es Leno, Tobi, Leno. Ey, Tobi, ist bei dir gerade mit einer Rettungswagen durchgefahren, Alter. Sehr gut. Ja, natürlich. Ja, Leute, das war eine neue Runde. TTT heute mal etwas kürzer. Kein Problem, ne? Und in der nächsten Folge gibt's eine neue Map und der Taurus ist auch dabei. Und danke fürs Zusehen. Leno, du bist ein Arsch. Und danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von TTT. Habt einen schönen Tag noch. Danke. Und lasst einen Daumen oben, wenn euch das als Play gefällt. Bis dahin, Kinder. Ihr braucht daher damit. Tschüss. 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 Vielen Dank.